Herzlich Willkommen liebe 1000 PS Fans auf der Swissmoto 2016 in Zürich. Ich habe ein kleines Déjà-vu. Ich stehe hier am Stand von Hess, so wie im Vorjahr. Neben mir wieder der Fino, Verkäufer bei Hess. Aber wir stehen, also ich stehe daneben, der Fino sitzt drauf auf einer Bonneville 900 Triumph namens Schottenrock. Fino, erzähl uns ein bisschen was. Ja, wir laufen ja nicht nur durch das Leben mit ein paar Schuhen und da haben wir uns auch überlegt, wir können ja auch mal etwas für den Dörf machen. Tanküberzug, Schutzblechüberzug, etwas anderes Sattel. Da kann der Kunde immer etwas abwechseln, muss nicht einfach gerade den ganzen Dörf neu malen. Wir müssen ja immer wieder etwas Neues erfinden. Das Leben geht weiter, neue Ideen braucht die Welt und das ist jetzt halt unsere Idee für dieses Jahr. Also ich denke nur, Entschuldigung, dass ich jetzt mit Ducati anfange, aber es gab ja für die Monster-Modelle eine Zeitlang diese aufsetzbaren Plastikdeckel auf der Seite. Aber ihr habt das jetzt als Stoff an Überzug, das ist ja wirklich wie so ein kleiner Dackel, den man das Gewand drüber zieht. Das ist einfach cool. Genau, das ist einfach cool. So soll es einfach auch sein. Wir haben verschiedene Farben, das sind alles Stoffe aus dem Autogewerb. Natürlich leicht resistent, sehr widerstandsfähig, saugt sich nicht mit Wasser voll. Schaut super aus. Was habt ihr noch für Projekte? Ja, wir haben noch eine ganz schöne Speed Triple R, so im Tracker-Style-Umbau. So richtig böse, aber eben im guten Sinn. Speicherräderli, Ultra-Kurzheck, schönen Lenker drauf da, kleine Blinker. Reduce to the Max heisst einfach ein bisschen das Motto. Hinten haben wir eben noch einmal einen Street Twin gemacht, mit Chrom Speicherräderli, schön gemalte Schutzbleche, auch wieder einfach schöne Nummeranhalterung. Einfach ein bisschen das mal mehr auf Elegant. Also Hess zeigt wieder einmal die feine Feder. Ihr macht das ja sehr schön und professionell. Fino, vielen Dank für das Interview. Hey, merci dir vielmal und eine super Saison und bis spätestens nächstes Jahr. Oder sonst kommst du uns mal ins Geschäft besuchen. Machen wir eine Führung über das ganze Geschäft. Wären wir uns überlegen. Dankeschön. Also das Mittag und das Bier und das Kaffee ist auch mal dabei. Bier ist super, komm auf alle Fälle. Führt euch. Danke, merci.